Was tun, wenn eine Schaltung mit Operationsverstärkern symmetrische Betriebsspannungen benötigt, aber nur eine Spannung zur Verfügung steht? Das wird bei den meisten batteriebetriebenen Geräten so sein. Diese kleine Schaltung erzeugt daraus zwei halb so große Versorgungsspannungen. Der Operationsverstärker vom Typ B765, vergleichbar mit dem TAA765A, besitzt keine Gegentaktendstufe, sondern nur einen N-Transistor mit einem offenen Kollektor am Ausgang. R3 ist deshalb als Arbeitswiderstand gegen die positive Betriebsspannung notwendig. C2 dient der Frequenzkompensation. Die Widerstände R1 und R2 teilen die Eingangsspannung auf, wodurch am invertierenden Eingang die halbe Eingangsspannung liegt. Der Operationsverstärker stellt sich so ein, dass am nicht invertierenden Eingang die gleiche Spannung liegt. Da dieser mit dem Ausgang verbunden ist, liegt auch das Ausgangspotential genau in der Mitte. Das wird unser Nullpotential bzw. die neue Masse für die nachfolgende Schaltung. Im Versuch ist die Eingangsspannung 15 Volt, die sich aufteilt auf zweimal 7,5 Volt. Die maximale Spannung und der Ausgangsstrom werden durch die Grenzwerte des verwendeten Operationsverstärkers bestimmt. Im Beispiel sind das plus minus 18 Volt und 70 Milliampere. Ich selbst habe die Schaltung schon in Geräten verwendet und ich hoffe, ihr werdet sie auch nützlich finden. Wenn ihr diesen Kanal abonniert, werdet ihr nicht verpassen, was sich hinter den nächsten Türschänen des Adventskalenders versteckt.